Wir zocken heute Draven! Jawoll, so sieht's aus und BAM, ich überspring mal ganz ganz einfach alles was jetzt kommt und wir sehen uns wieder, wenn ich ein bisschen gespielt hab und ähm, das wird dann jetzt sein, also bis gleich! So, der streckt immer noch ein bisschen und zwar der Server wegen, ähm, ich werd jetzt einmal kurz was zu seinen Spells sagen, sein Coup ist sowas, äh, der nächste Normitech, also er ist ein Range Champion, da fliegt dann so ne Axt, hier, ich zeig's euch mal, hier, die fliegt einen an und fliegt aus Torek, wenn ich sie auffang, kann ich sie unter Mana Kost nochmal werfen, wenn ich sie dann wieder auffangen könnte, hätte ich keine 200 MS, dann, ähm, könnte ich sie nochmal werfen, heißt, wenn ich sie immer wieder Auffang, hab ich immer wieder diesen Bonus Damage, ähm, ohne Mana Kosten. So, jetzt zeig ich mal meine Ulti. Die Ulti ist eigentlich, ähm, global, also ich kann sie über die ganze, über die ganze, die Map schießen, hätte ich eben mal zeigen können, hätte ich sie nicht töten wollen. Ich kann, hab's eben versucht von hier, ich bin bis hier hinten hingeschossen und dann wieder zurück. Ähm, äh, ist wirklich ne sehr coole Ulti, also fliegt dann halt irgendwo hin und kommt genauso wieder zurück, sie ist, äh, ist nicht das schnellste Projektil, also nicht so schnell wie zum Beispiel ne Ezreal Ulti, ich würd sagen, na gut, wir können's dir gleich nochmal anschauen, wenn ich's nochmal ready hab. Ähm, auf jeden Fall ist er ein W, da krieg ich, wenn ich's aktiviere, 45% Movementspeed und 25% Angriffstempo, jetzt auf Level 2. Den hab ich nämlich auf Level, äh, zweitest hochgemerkt, als erstes die, äh, Axt. Kann ich eigentlich auch auf Tower einsetzen. Ich weiß es nicht. Und irgendwie lackt das ja alles grad total. Ja, da seht ihr's. Alles lackt, das liegt aber auch einfach an den Servern. Nicht an mir. So, Axt aufgefangen, wieder geworfen, Axt wieder aufgefangen. Wieder geworfen, Axt aufgefangen. Ich kann sie immer wieder werfen, wenn ich sie halt auffang. Das ist gar nicht so einfach, mit so einem hohen Ping von 250, äh, irgendwas aufzufangen hier. So, jetzt haben wir aber schon die Ulti wieder. Krass, dann guck mal hier. Da habt ihr's gesehen. Auch wenn sie ein bisschen geleckt hat, ich hab sie hingeworfen und wenn ich sie nochmal aktiviere, dann spinnt sie wieder zurück. Auf jeden Fall sind eh sowas hier, seht ihr es. Ich werfe praktisch meine Axt und alle, die ich treffe, werden zur Seite geschleudert. Ich weiß jetzt auch an Minions demonstriert, die haben uns hier bei ist. Ja, da hab ich's gesehen, sie werden in einem kleinen Rad bis zur Seite geschleudert. Er ist ein Ranged AD Carry. Und er schaut extrem lustig aus. Er wird auf jeden Fall ein Versuch von mir bekommen, umzuspielen. So, das Geheimnis bei ihm, beziehungsweise nicht das Geheimnis, sondern ziemlich offensichtlich ist eigentlich, man muss die Axt möglichst oft wieder auffangen, um den Schaden immer aufrecht zu erhalten. Und, ja, möglichst alleine maximal gut nerven. Das ist für Geheimnis an Darius, denke ich. So, so kann man denn kommen lassen. Aber wir warten schon mal hier mal an. Naja, ich denke, das sollte euch einen kleinen Einblick in Darius an. Darius, bitte für. Bei an, so was hier hat, hier ist es leider mit dir. Oh, fuck, und hier ist ne Soraka. Oi, 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 oi. Tja, und hier ober-exzenten die. Naja, das ist so... Wie heißt er eigentlich? Draven. Und er post, wenn man Rückruf macht. Ich zeig's nochmal hier. Ihr seht's. Rückruf. Sehr schön. Dann zeig ich gleich nochmal den Torn. Bla, bla, bla. Hier. Komm her. Das hier ist dein erster. Draven, Draven, Draven. Das hat halt ein Lieblings-Post von ihm. Sein Tanz ist, äh, sehr festtagstauglich. Peace-Post. Ruff, 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 ruff. Er ist übrigens der Bruder von Darius, lacht aber deutlich emotionaler. Finde ich gut. So, das war Dario, Draven. Warum da eigentlich Darius? Wenn ihr den nächsten Champ auch schon so früh sehen wollt, wie ihr den hier jetzt sehen konntet, dann abonniert mich und ihr werdet sofort sehen, wenn der neueste Champ oben ist. Ich werde noch einmal Warwick und die in der Mitte killen. Und dann ist das Video fertig. Okay, ich habe meine Ulti. Wow, wow. Legt. 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 Ich würde gleich noch einmal gerne zeigen, wie weit die Ulti jetzt eigentlich erreicht. Ich weiß, wie ich zu lang würde hier. So, hier springt nicht rein. Oh, mein Legt ist halt noch ein bisschen. Ich zeig's euch, wenn er ihn jetzt bekommt. Wo ist die Ulti? Sie fliegt halt so lang, wie man es auch anzeigt. Fertig, warte jetzt einfach mal. Wir sehen uns gleich und dann zeige ich euch einmal, wie weit die Ulti fliegen kann. So, und jetzt zeige ich euch einmal die Ulti. Ihr seht, es ist praktisch wie ein Ash-Oro. Oder eine Azuriel-Ulti. Und sie ist anscheinend global. Ich kann ja mal jetzt hier hinklicken. Und da seht ihr, ich verfolgs mal. Hier kriegt also auch Vision. Und dann kommt's auch zurück. Ich kann es auch vorher zurückholen, indem ich nochmal herdrücke, also Ulti. Ja, diese Ulti finde ich schon ziemlich lustig. Damit kann man garantiert keinen Scheiß anstellen. Das war's an dieser Stelle von diesem Preview von uns zu Draven. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lass mir dann nach oben da oder ein Abo, wenn ihr sehen wollt, wenn der nächste Schirm vorgestellt wird. Das war's von mir. Ciao, Leute. .